Finanzmarktwelt präsentiert den XTB-Morgenticker vom 15. November 2023. Handeln Sie verantwortungsvoll. Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. Den vollständigen Risikohinweis in schriftlicher Form finden Sie in den Shownotes. Die US-Inflation für Oktober, die gestern um 14.30 Uhr deutscher Zeit vermeldet wurde, hat gestern Nachmittag den Handelstag bestimmt. Mit plus 3,2 Prozent im Jahresvergleich fiel die US-Inflation niedriger aus als erwartet. Plus 3,3 Prozent. Auch die Kernrate fiel niedriger aus. Damit erwarten die Märkte für dieses Jahr keine Zinserhöhung der US-Notenbank Federal Reserve mehr. Man preist jetzt einen vollen Prozentpunkt Zinssenkung für das nächste Jahr ein. Bis Juli 2024 soll es bereits Zinssenkungen über 0,50 Prozentpunkte geben. Der US-Leitindex S&P 500 stieg gestern insgesamt um 1,91 Prozent, der Dow Jones um 1,43 Prozent, der Nasdaq 100 um 2,13 Prozent. Die Aussicht auf sinkende Zinsen beflügelte die Aktienkurse deutlich. Auch der DAX konnte profitieren mit plus 1,76 Prozent zum gestrigen Handelsschluss. Der französische CAC 40 gewann 1,4 Prozent, der britische FTSE 100 legte um 0,2 Prozent zu. Die europäischen Index Futures deuten heute früh auf eine höhere Eröffnung der Sitzung hin, wobei der britische FTSE um 0,4 Prozent zulegt, während die DAX-Kontrakte um 0,2 Prozent steigen. Die gestrigen euphorischen Gewinne an der Wall Street unterstützten die Bullen in der asiatischen Sitzung, in der die Referenzindizes in Japan, Südkorea und China, wo heute mehrere wichtige makroökonomische Daten veröffentlicht wurden, stark zulegten. Der koreanische KOSPI stieg um fast 2 Prozent, der japanische Topics legte um 1,1 Prozent zu und der japanische Nikkei verzeichnete einen Zuwachs von mehr als 2,5 Prozent und übertraf damit die gestrige Rallye des Nasdaq 100-Index. Der chinesische Hang-Zeng-Index verzeichnete einen Anstieg von fast 3,2 Prozent als Reaktion auf eine allgemeine Verbesserung der Risikostimmung, die Aussicht auf zusätzliche Konjunkturhilfen, Bloomberg berichtete gestern, und vor allem auf die Veröffentlichung wichtiger makroökonomischer Daten aus der chinesischen Wirtschaft, wo die Einzelhandelsumsätze höher ausfielen als erwartet. Die chinesische Industrieproduktion stieg um 4,6 Prozent gegenüber den Prognosen von 4,5 Prozent. Die Investitionen in den Ballungsräumen in China stiegen um 2,9 Prozent und lagen damit unter den Prognosen von 3,1 Prozent und dem vorherigen Wert von 3,1 Prozent. Die Arbeitslosenquote lag bei 5 Prozent und entsprach damit den Erwartungen und dem vorangegangenen Wert, aber die Einzelhandelsumsätze stiegen um 7,6 Prozent gegenüber den Schätzungen von 7 Prozent und dem vorangegangenen Wert von 5,5 Prozent, was auf einen höheren Verbrauch und eine höhere Nachfrage in der Wirtschaft hindeutet. Der australische Lohnindex stieg im Jahresvergleich um 4 Prozent gegenüber 3,9 Prozent Prognose und 3,6 Prozent vorher. Auf vierteljährlicher Basis entsprach das Wachstum mit 1,3 Prozent gegenüber 0,8 Prozent zuvor den Erwartungen. Der australische Dollar legte zu und das Währungspaar australischer Dollar gegen US-Dollar setzt seinen Aufwärtstrend nach der Veröffentlichung der Daten fort. Bei den großen Unternehmen führte Tesla die gestrigen Kursgewinne an und Nvidia verzeichnete den zehnten Kursanstieg in Folge. Der regionale Bankenindex stieg um fast 6 Prozent und der Referenzindex für kleinere US-Aktien, Russell 2000, legte um mehr als 5 Prozent zu. Die Aussicht auf das Ende des Konjunkturzyklus setzt den US-Dollar unter Druck. Die Rendite fünfjähriger US-Staatsanleihen fiel gestern um 0,24 Prozent auf 4,42 Prozent. Das Währungspaar Euro gegen US-Dollar wird heute unverändert bei 1,087 gehandelt und der Währungskorb-Dollarindex nähert sich der 104-Punkte-Marke und legt um 0,06 Prozent zu. Rohölpreise der Sorten WTI und Brand werden um 0,6 Prozent höher gehandelt, während die Erdgaskontrakte NetGas in den USA leicht um 0,7 Prozent fallen. Ein schwächerer US-Dollar hat die Edelmetallpreise gestützt. Gold legt um 0,3 Prozent zu und wird bei 1.970 Dollar pro Unze gehandelt. Palladium legt um mehr als 2,2 Prozent zu und Silber steigt um 0,7 Prozent. Eine Erholung der chinesischen Aktienindizes durfte auch die Stimmung auf dem Industriemetallmarkt verbessern. Die Stimmung am Kryptowährungsmarkt hat sich trotz eines Rückgangs der Dollarstärke und einer Erholung am Aktienmarkt abgeschwächt. Bitcoin wird in der Nähe von 35.500 Dollar gehandelt und konnte nach der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten nicht wieder zulegen. Ethereum fiel unter die wichtige psychologische Unterstützung von 2.000 Dollar zurück. Finanzmarktwelt präsentierte Ihnen den XTB-Morgenticker.